Hallo. Willkommen zurück zu... Warum sag ich willkommen zurück? Fängt ja schon toll an. Guten Tag. Ja, hier ist auch Kawum. An. Hallo. Ich bin mir ruhig, ich bin ja mit der Leute. Ja, ich bin mir ruhig. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. So. So, wir sind bereit. Ja. Und zwar, ich stelle dir jetzt Fragen, okay? Okay. Es sind nicht viele, nur vier Fragen. Es sind sowas noch nicht viele. Schaffe ich schon? Ja. Ist das ein Test, wer es bewertet? Ja. Oh. Warte mal kurz, ich blätter mal kurz auf deine Seite. Ich hab ein paar Fragen auch an die ich. Jetzt kommt's. Okay, jetzt sind sie. Okay, an Tores. Aber ich kann ja schon mal sagen, was ich Tore fragen werde, oder? Nee. Das ist in irgendwelchen Videos. Ich bin gespannt. Okay. Wie geht's jetzt los? Ich glaub, das wird witzig. Okay. Okay. Die erste Frage ist noch einfach, okay? Okay. Mögen Sie World of Tanks von eins bis zehn? Ja, also das ist eine gute Acht. Eine gute Acht. Ja, kann ich auch sagen. Okay, sehr gerne. Okay, abgehackt. Ist jetzt eine Frage gewesen über das Game. Mögen Sie sagen, ich sollte World of Tanks mit Let's Plane, oder nicht? Lass mal machen. Okay, mach ich. Okay, jetzt kommt's etwas schwieriger, okay? Bis hier ist gleich das Spiel, ne? Nein, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Oh, das ist schwer. Jetzt kommt's aber nicht schwer. Ich hab es jetzt immer richtig. Ja. Okay. Wahrscheinlich. Und... Ja. Wie man will matchen auf meinem Account für Horrorspiele gespielt, ne? Ja. Glaubst du, ich mag Horrorspiele zu zocken auf YouTube? Ja, aber schon. Also ich mein... Ja, kann ich so sagen. Okay. Letzte Frage. Ich sag Ihnen dann, wie viel sie davon geschafft haben, okay? Okay. Okay. Finde ich World of Tanks witzig, wenn ich jetzt Let's Play. Weil man hat ja... Wenn man sich ja schon die Videos angeguckt hat, dann weiß man, wie viel Spaß. Oder? Warten Sie mal einmal kurz... Oh, na, auf YouTube zu gucken. Äh, ne, 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 ich mach nix. Nein, nein, nein. Ey, aus. Warte, ich mach nix. Da guckt er einfach auf YouTube nach. Da guckt er einfach auf YouTube nach. Also... Also... Ich mein... Also... Wie ich jetzt überlegt hab... Ja? Äh... Hast du auf jeden Fall so ein Gespieler... Du warst auch beim Halloween dabei. Ja. Also würde ich schon denken, dass du spaß da wärst. Ja. Wollen Sie die noch... Wollen Sie noch die letzte schwerigste Frage haben der Welt? Okay. Let's go. Dafür kriegen Sie eine Eins. Kann ich Bonuspunkte? Ja, Bonuspunkte. Oh, ja. Okay, sind Sie ready? Ja. Für die ultimative Frage. Ja. Was ist mein Lieblingspanzer? Was ist mein Lieblingspanzer? Was ist mein Lieblingspanzer? Also zu 10... Äh... Ich glaube das war der... Äh... Das war der Tiger. Korrekt. Ja, King Fu. 50 Punkte. Yippie. Hey, was? Ach so viele Fragen haben Sie immer. Das war 50. Oh, das... Sie haben 94 von 100% richtig. Ist aber schlecht. Nö. Dafür kriegen Sie eine... Dafür kriegen Sie... Warte mal, ich muss mal kurz auf die andere Seite. Das krieg ich. Das ist die höchste Seite, wenn du was draufschreibst. Ja. Tatsächlich schon. Muss jetzt gucken, wo ich... Was passiert, wenn jetzt niemand alle Bonusfragen gewarnt wird? Bei 100% kriegt man was geschenkt. Und bei 99% kriegt man auch was geschenkt. Bei 94% kriegst du... 50 Euro. Braucht kein Geld. Und oder Sie nehmen das Zweite. Das ist das Zweite. Ja, das wird jetzt krass. Sie nehmen das Zweite und... Dürfen das nächste YouTube-Video aussuchen. Äh... Okay, und das gibt's lächerliche Spiele, die wir spielen können. Jetzt kommt so lächerliche Spiele. Ähm... Mh... Mh... Jetzt erstmal so auf YouTube. Mach, mach... Ein Among Us Video. Okay. Kann machbar sein, ich muss ja nur mein Handy mit meiner Playstation verbinden. Also krieg ich's dann. Okay. Glauben Sie, Tore wird das hinkriegen? Keine Ahnung. Und gleich so... Vielleicht frag ich's der Tore eher so... Eins von... Eins von hundert Fragen richtig. Hast du noch fünf? Ähm... Ich stell Tore etwas mehr Fragen, weil... Ich guck mir ja auch seine Videos an, deswegen mehrere Fragen, ne? Ja. Fünf Fragen über ihn. Bloß diese Bonus-Frage. Wenn er die alle verkackt, dann larierbar. Aber... Ich hab die ersten zwei Fragen waren ja... Sind ja noch leicht. Kommen die beiden Fragen über... Meinen Kanal. Und so, ne? Und über das Spiel, wo ich mit ihm mal gezockt hab. Dauntless... War Thunder... Ne, ja doch, War Thunder haben wir ja gezockt mit ihm, ne? Und zwar dieses Highlight. Hat er ja mitgemacht. Ähm... Ich fass es nicht, Toch hat er richtig viele Videos mitgemacht. Nein, eigentlich nicht. Wenn ich überlege... Du hast in mehreren Videos mitgemacht. Kriegst einfach einen Applaus. Dankeschön. Sie sind berühmter im Internet. Ich hoffe grad so spät so Applaus-Effekte so im Video so rum. Witzig. Kannst das machen. Okay. Okay, ich werde versuchen. Wie denk. So, Leute. Das war's mit dem... komischen kurzen Video. Glaube ich. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht wie kurz das Video ist. Kannst du hier die Kifftür öffnen? Jo. Das ist kein geiles Setzwein. Ja, ich bin zu World of Tanks als Hintergrundteil für diese Videos. Mal gucken, ob morgen Rameau am Start ist. Also... Der zweite mit dem ich YouTube-Videos gemacht habe, hieß Rameau. Der... 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 Wir machen die Kifftür öffnen.